Die Spende war für mich einer der emotionalsten Momente und da habe ich gesagt, das will ich mir auf jeden Fall tätowieren lassen, weil es doch so krass war, dass ich dem Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet habe. Servus, ich bin die Nadine und das ist meine Story. Ich war bei Germany's Sex Topmodel dabei, dadurch ist auch der Beruf Influencerin bei mir zustande gekommen und es war eine sehr aufregende Zeit, eine sehr prägende Zeit, aber auch super, super anstrengend. Aber ich sage immer so, es hat immer einen Sinn und einen Zweck, wenn man was macht und das hatte auch Germany's Sex Topmodel bei mir. Ich habe früher immer schon sehr viel über das Thema DKMS gepostet und durch die TV-Show hatte ich eben die Chance, Millionen Menschen damit zu erreichen, nicht nur, keine Ahnung, tausend Leute, die mir folgen. Und da habe ich mir gedacht, es ist das Sinnvollste, über so ein Thema, was viel mehr Präsenz verdient hat in den Medien, über so ein Thema zu reden. Man denkt immer, man sieht ja so ein typisches Mädchen, nein, das bin ich nicht. Mein Herz schlägt für diesen Sport mit Benzin. Ich habe jetzt echt so meinen Führerschein gemacht, bin dann zwei Jahre nach 9,25 herumgefahren, dann eben den erweiterten Schein gemacht und jetzt darf ich auch offen schon fahren. Und natürlich, dass das auf der Gelände ist, das Motorradfahren ist einfach geil. So der Moment von der Freiheit, dann den Adrenalinkick dabei. Weil das ist echt, ja, erfüllt mein Leben. Ich habe über die DKMS erst Bescheid gewusst, nachdem meine Scheiße die eigene Diagnose Krebs bekommen hat. Wenn man eben dann einfach in den Krankenhäusern ist und dann sieht man eben überall diese kleinen Flyer, wo eben überall auch draufsteht, Mundaufstäbchen rein, Spender sein. Und dann habe ich aber leider den Verlust von einer Freundin miterleben müssen, die eben aufgrund Krebs gestorben ist. Und dann habe ich gesagt, okay, man kann damit ein Leben retten und ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht mache, weil ich bin gesund und ein Mensch ist vielleicht auf meine eigenen Stammzellen angewiesen und kann dadurch weiterleben. Und mein Appell war dann immer, Hoffnung zu schenken. Ich war noch gar nicht so lange registriert bei der DKMS und dann habe ich eben den Brief schon bekommen. In meinem Briefkasten, okay, was ist das jetzt? Habt ihr natürlich voll euphorisch aufgerissen, um zu gucken, was drinsteht. Und dann steht da halt drin, dass es sein könnte, dass ich einem Menschen eine zweite Chance nehme. Aktuell trainier ich für einen Halbmarathon. Ja, also halt viel Sport jetzt wieder, auch Yoga eben, mit Freunden was unternehmen. Und natürlich mein hauptsächliches Hobby ist mein kleiner Mops, der Gustl. Und das Leben ist sehr, sehr witzig durch ihn geworden, weil Möps einfach bekannt dafür sind, dass sie tollpatschig sind, dass sie witzige Sachen machen. Yoga hilft mir einfach, so meine eigene Mitte zu finden. Alles, was so auf einen einbröselt, so in der Gesellschaft, eben auch einfach in diesen sozialen Netzwerken. Sei es positiv oder negativ, muss ein Mensch auch verarbeiten. Und da hilft mir einfach, Yoga wieder runterzukommen, mich selber wieder zu finden. Der emotionalste Moment war wirklich, wo ich dann das tatsächliche Schreiben bekommen habe, dass ich der Spender sein werde, dass wirklich ich dieser genetische Zwilling bin von der Person. Das war so dann, okay, krass, ich habe jetzt wirklich die Chance, einem Menschen eine zweite Chance aufs Leben zu geben. Ich habe tatsächlich an der Entscheidung, ob ich Spender werden möchte oder auch, dass ich jetzt wirklich spende, nie gezweifelt. Weil es für mich so ein Thema ist, ich bin gesund und ich kann mit meinem gesunden Körper etwas spenden. Kostenfrei, ohne irgendeinen Aufwand. Und ein anderes Menschenleben zu retten, ist für mich Prio Nummer eins. Ich habe eigentlich so daran nur gedacht, wie es gerade dem Empfänger geht. Wie fühlt er sich gerade, wie ist es ihm ergangen, dass er die Nachricht bekommen hat, eben einen Stammzellenspender zu haben. Genau, also das Erste, was ich gemacht habe, war eben bei der DKMS gleich anzurufen nach meiner Spende, um eben die Daten zu erfahren, an wen ich gespendet habe. Und das war eben an einen erwachsenen Mann, und zwar nach Kanada. Ich habe mir mein Datum, wo ich gespendet habe, in meinen Nacken tätowieren lassen. Ich habe ein paar Tätowierungen, zwar noch nicht viele, aber die haben extreme Bedeutung für mich. Also mein Leben hat sich in der Hinsicht einfach geändert, weil ich behaupten kann, ich habe was gemacht, was nichts mit mir selber eigentlich zu tun hat, was nicht für mich gut war, sondern was einfach einem Menschen einfach wieder Hoffnung gibt, so am Ende des Weges. Das war meine Story. Du möchtest mehr Storys hören, dann einfach hier oben draufklicken, und du möchtest dich registrieren, dann hier unten.